Marco Reus. Reus, äh ja. Der war nicht schlecht, Bruder. BVB Spieler mit mindestens einem A-Länder-Spiel. Aktueller Kader. Mo, Mats, Marco. Deutschland-Rationalspieler, ne? Ja. Mo, Mats, Marco, Jule Brandt, Emre Can, Nico Schulz. BVB Spieler, U20. Aktueller Kader. Ansgar Knauf. Und, ähm... Ansgar Knauf. Wer noch? Jude, Berlingham. Renier. Ja, aber Jude ist doch nicht, äh... Aber er könnte noch. Ah, er könnte noch. Ist 18. Super. Gio. Achso, okay. Gut. Next. Lass mich nicht falsch lesen jetzt bitte. Fals? Boah, das wäre eigentlich was für mich, ey. Europäische Hauptstädte. Rom. Willst du mich jetzt verarschen? Meinst du das wirklich? Ja? Europäische Hauptstädte. Rom. Ähm... Was haben wir noch? Wien? Äh... Berlin. Berlin. Oder? Wäre schon Shop gewesen? Ja. Shit, Alter. Oma hast du gewusst. Geil. Feier ich. Oh shit, Alter. Erdkunde war nix der Ende. Nee, er war nix der Ende. Erdkunde? Nee, war nix der Ende. Äh... Top 10 FIFA-Weltrangliste. Was heißt das? Was heißt das? Das weiß ich jetzt auch nicht, was man darunter macht. Also... Länder für Weltrangliste. Top 10 der Weltrangliste. Von 1 bis 10. Spanien. England. Deutschland. Syrien. Türkei. Zwei. Wahrscheinlich ist nicht dabei. Nicht dabei? Nee, zwölfter. Sie sind zwölfter, ne? So, weiter. Ach so, Länder. Stimmt. Du bist... Ich bin auch nicht ganz da. Oh, das war's für dich. Dortmunder Stadtbezirke. Brakel, Wickede. Ich weiß nicht, ob das jetzt sozuliegt. Holz, Wickede. Ähm... Wambel. Ähm... Körner. Ähm... Körner? Was ist das denn? Spieler mit Z. Spieler mit Z? Äh... Spieler mit Z, ja. Zidane? Ähm... Nein, Spaß. Spieler mit R. In was denn jetzt? Spieler mit R. Ronaldinho. Roberto Carlos. Ähm... Revaldo. Ähm... Ähm... Marco Reus. Reus. Äh, ja. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht, Bruder. BVB-Spieler mit mindestens einem Tor in Hinrunde 21-22 Bundesliga. Marco, Erling, Gio, Mo, Manu, Mats, äh, Jude, ähm, Emre. Ja. Du wirst... Ich will mich nicht blamieren, weißt du. Gewinner des Barrenbauer. Gewinner. Also, die alle schon mal gewonnen haben. Ach so! Die alle gewonnen haben? Ja. Zidane, Kaká, äh, Messi, 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 Messi. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. Äh, Ronaldo, Ronaldo. Und, äh, ja. Ja, was soll ich sonst sagen? Ja, gut. Ronaldo kannst du zweimal sagen. Ja. Ja? Der andere hat so auch gewonnen, oder? Ja. Geil. Weltmeister. Deutschland, Frankreich, ähm, Brasilien, Argentinien, ähm, oh mein Gott. Italien. War England? England war auch, ne? Ja, das war Weltmeister geworden. Ja, England ist Weltmeister geworden. Da habt ihr euch ja mal richtig einfallen lassen. Spieler mit S. Sarah, Sisara, ich weiß, Spieler mit S. Spieler mit S. Spieler mit S. Nuri Sahin. Nuri Sahin, ähm. Nuri, für dich. Ey, scheiße, Alter. Wen noch? Boah, das ist... Ja, Satz. Boah, du hast Nico vergessen. Boah, das müsst ihr auf jeden Fall blenden. Oh, Schulz. Boah, ist das schlecht von dir, ey. Du hast noch vor zwei Minuten mit ihm gesprochen. Wann hast du gewonnen? Ja, ja, klar. Wer mich schon mal ernst gemacht hat gewonnen, Alter. Und ich hab ernst gewonnen. Wann mal cabinets? Wann hast du das Ding? Wann hast du gewonnen? Wann?